so halli hallo und hallöchen liebe leute und willkommen zum germansch vlog mittlerweile der wie viele ist es der zehnte ich glaube ist der zehnte und die einigen einige werden schon gemerkt haben da hinten hängt kein schiefes bild das ist nicht ziv nein das ist natürlich nicht ziv der gerade redet ich bin's mr tiger der immer noch eine maus in der hand hat ja und ich darf heute für euch ein bisschen so labern was denn die nächste zeit so passiert denn der gute siv ist aktuell aus persönlichen gründen nicht erreichbar er wird erst zur esa wiederkommen und die isa ist ein gutes stichwort denn die fragt euch eigentlich möglicherweise warum auch dieser typ anscheinend mit einem freien ich habe hier direkt direkt hinter euch also direkt hinter der kamera ist tatsächlich garage von meinen eltern ich setze gerade auf der terrasse von meinen eltern ich war heute netterweise im essen eingeladen habe mir gedacht die haben ziemlich coole terrasse wo man sich ein bisschen hinflacken kann und ja da habe ich mir einfach mal gedacht machst du mal den germansch vlog von hier aus und zeigst mal dass auch speedrunner nicht nur keller kinder sind die immer nur drinnen hocken können ja ist ziemlich schön das wetter ich muss gerade noch mal test oder hinten kommt es ziemlich also das schöne ist dass genau das hier die einflugschneise ist wo die wolken herkommen und da hinten kommt es gerade relativ dunkel ich hoffe dass ich in der nächsten halben stunde hier trocken bleibe denn zwar steht der laptop und die kamera und das ganze equipment unter dem dach aber so ziemlich genau auf dieser höhe hier hört das dach auf das heißt ich auch tatsächlich im freien ziemlich schön aber ja was gibt es noch so zu sagen die es ist der juli es ist natürlich der juli also bitte aktuell das datum sagt es wäre der 15 juli also exakt mitte juli oder juli ist natürlich für die speedrun immer so ein bisschen der event monat mit den zwei größten events damit zwei der größten wenn sie das jahr zu bieten hat summer games dann quick das jetzt seit über eine woche rum ist naja seit fast eine woche rum ist besser gesagt ich nehme es gerade am samstag auf das heißt auch ziemlich genau vor sechs tagen ist sgdq aufgehört hat sgdq aufgehört deutsche grammatik ich bin echt gut ja und in einer woche bin ich schon in schweden die isa geht los european speedrunner assembly und ich habe gesagt ich bin in schweden ja ich werde vor ort sein und das ist noch ein grund warum ich gerade hier sitze denn was ihr gerade seht dieses setup ich habe hier ein kleines setup etwas anderes mikrofon was ich eventuell zum streamen verwenden normalerweise dieses mikrofon dieser laptop auf dem ich gerade aufnehmen und die webcam die er der grau aus der ihr gerade mich beobachten könnt die alle sind teil meiner sogenannten onsite station das ist ein rucksack in dem komplettes equipment ist für ein mobilen ja für ein mobilen stream das heißt ich habe hier nicht mehr die möglichkeit sachen aufzunehmen wie jetzt gerade sondern ich kann auch komplett und schmetterling ich kann auch sachen streamen was ziemlich cool ist das heißt ich kann in der gleichen qualität wie es jetzt gerade seht komplett streamen und ja nachbarn haben gerade ein paar kinder draußen die sind ein wenig laut ich hoffe die hört man nicht aber sollte man nicht hören das mikro ist das ist wirklich gut das ist wirklich gut in der sache ja und ich kann theoretisch zwei von diesen mikros anschließen und dann kann ich vor ort dinge tun was denn für dinge tun werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen nun was für dinge naja zum einen ich habe es ein bisschen vor dass ich wahrscheinlich statt dass wir einen popeligen countdown machen zur eser dass ich dieses setup vor ort aufbaue und wir einfach so zusammen ein bisschen laber dass ich sozusagen den die pre show so ein zwei stunden vor dem beginn der eser direkt mache ja und das wäre die erste sache zum zweiten ist natürlich die sache dass ich on-site nicht nur glücklicherweise einen run habt ich kann es immer noch nicht fassen dass ich ihn waren auf der eser habe nicht nur eins sondern zwei speedruns und ja nicht nur dass ich ein paar runs habe ich habe tatsächlich auch ein paar commentaries besser gesagt eins ist aktuell geplant das heißt ich brauche auch irgendwas wo ich eine etwas gescheite mikrofonqualität habe denn ich darf ein paar runs kommentieren aber wenn wir jetzt gerade so zum ja zum schedule schon der eser fast kommen würde ich mal sagen habe ich mich mal ganz kurz so ein bisschen auf diese seite und dann machen wir mal ganz kurz plopp und hier seht ihr den schedule zur european speedrunner assembly 2017 ja natürlich geht es los mit einem kleinen prolog wie gesagt möglicherweise wird dieser prolog von mir gestimmt und den mache ich on-site und ein bisschen länger als nur die halbe stunde und und dann geht sie los nächste woche samstag am 22 juli um 18 uhr das ist so circa sieben tage und ja viereinhalb stunden von dem zeitpunkt wo ich jetzt gerade aufnehmen gott 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 übertrieben wie schnell die zeit vergeht aber klar das ist der juli ist der event monat muss sein und ja fingers the hand wird anfangen mit prince of persia the forgotten sands ich werde jetzt nicht durch jeden run einzeln durchgehen aber allein schon am ersten tag sieht man dass das verdammt verdammt geiles event wird ich kenne fingers ich habe den auf der asa germany getroffen ist ein ziemlich cooler typ prince of persia forgotten sands dann tee chops mit des on art doom also prince of persia mag eine der serien sein die in sachen speedruns tatsächlich immer so ein bisschen ja sie fallen ein bisschen unterm radar aber sie sind echt geile runs muss man ehrlich sagen dann haben wir hier des on art und doom natürlich zwei sehr gute titel auch sehr geile speedruns ich muss ein bisschen lachen dass hany hier doom hat und direkt davor tee chops mit des on art hany hatte auf der asa germany auch des on art und hatte da ein bisschen probleme das ganze setup zum laufen zu bekommen so als ob man hany jetzt zeigen will hier so geht es übrigens ein bisschen gemein und ja dann geht es schon ziemlich gleich los mit mir wie gesagt ich bin es immer noch erstaunt dass ich einen run auf der asa habe ich freue mich natürlich drüber wie ein schnitzel ich denke ihr könnt es wahrscheinlich nicht anschauen weil es ist um 1 bis 3 uhr nachts ist zwar sonntagmorgen möglicherweise bleibt der eine oder andere wachen ich würde mich freuen auf jeden fall und ja es geht halt echt gut weiter also der schedule ist wirklich vollgepackt mit sehr sehr guten sachen gta san andreas generell muss man sagen dass die isa diese isa relativ gta lastig ausfällt was aber auch daran liegt dass die grand theft auto community die speedrun community europäisch ziemlich groß ist und es haben sehr sehr viele leute in europa machen also die gta community ist in europa ziemlich weit viel weiter verbreitet als in den usa deswegen gibt es auch sehr sehr viele runner aus der gta community in europa die daneben zu isa fahren statt zu den gdqs auch beispielsweise das fazke ein deutscher unter anderem auch gta speedrunner dass der auch im komitee sitzt für die runs zum auswählen welche im schedule landen das wird natürlich auch ein bisschen geholfen haben aber prinzipiell muss ich sagen dass ich es durchaus nicht schlecht finde weil die gta runs sind halt es sind auch viele spiele und die sind ziemlich coole runs auch und ja freut mich dass auch einige davon den weg in den isa schedule gefunden haben und wenn man sich allein hier nochmal den zweiten abend anschaut hier grand theft auto son andreas okay ist es nicht wirklich abend wenn er um 14 uhr anfängt ist es halt ein ziemlich langer run aber wenn man sich dann hier so weiter schaut was danach noch kommt trackmania stadium i wanna run the marathon von bbf bbf i wanna fan games sind mit die geilsten dinge aber auch ich krieg hat musik im hintergrund die sollte man hoffentlich nicht hören die nachbarn drüben die haben nachher eine geburtstagsparty deswegen hoffe ich dass ich hier schnell durchkomme durch den durch den vlog ja i wanna run the marathon hotline miami hotline miami 2 wrong number halo ziemlich cool haben wir nicht sogar hotline miami und hotline miami 2 haben wir das nicht sogar wir hatten doch einen stream gemacht wo wir uns abschätzen was ist wird so alles auf der esa gezeigt werden so wo wir so ein bisschen scheduling team so in anführungsstrichen prediction spielen für scheduling team und ich glaube wir hatten tatsächlich gesagt dass bei der hotline miami es reinkommen ist zu lange ich habe den stream jetzt natürlich im vorhinein nicht angeschaut müsste ich vielleicht machen ja dann haben wir es geht halt echt gut weiter wenn man hier auch in die nacht immer reinschaut die haben auch immer geschaut dass sie etwas längere prime times machen damit auch die leute in den usa was davon haben wäre natürlich schön wenn sich die leute in den usa also die gdqs auch ein bisschen den europäischen zeiten anpassen und ein bisschen früher anfangen mit ihrer prime time machen sie leider immer noch nicht finde ich schade aber naja bin jetzt nicht hier um gdq politik zu kritisieren ich glaube über gdq über dieses gdq wurde von siv im vergangenen vlog schon genug geredet ja aber es geht auf jeden fall wenn man sich hier einfach mal das so durch den schedule anschaut ist halt auch wenn ich sage zu primetime blöcke es sind halt nicht nur die primetime blöcke blöcke da sind auch eine ganz andere sachen drin du hast die gimmick noch golden sun golden sun sogar ein race zwischen ball nocturne auch bekannt als oh gott mir fällt gerade eben der name nicht mehr ein ball nocturne ist auf jeden fall früher mal bei germich dabei gewesen hat bei den ersten restreams noch mitgeholfen ist auch ein deutscher ne ist österreicher sorry ist auf jeden fall ein sehr guter golden sun runner mittlerweile macht auch ziemlich viel mit zelder ocarina of time bingo races die echt geil sind er macht da ziemlich viel zusammen mit runner guy der in dem in dem feld so ziemlich der bekannteste ist und ball und runner guy die machen da öfters mal verschiedene bingo variationen und die stream sind immer wieder sehr genial anzuschauen also das ist natürlich auch eine sache die man sich sehr sehr gerne geben kann den golden sun run und es geht halt wirklich weiter wenn man sich dann den montag anschaut mit quake 2 ich muss dann nur mal so knapp drüber schauen rayman pokémon xy gut die neueren pokémon spiele sagen viele leute so damit nicht allzu viel anfangen können sie sind sehr kompliziert und auch ziemlich schwer immer zu kommentieren und beim commentary auch nicht ganz so einfach zu folgen immer was ein bisschen schade ist weil sie halt wirklich pokémon games sind halt wirklich sehr stark auf knowledge basiert das heißt man muss sehr sehr viel über den run wissen um ihn gut ausführen zu können und das ist das was viele leute nicht wirklich bedenken bei pokémon runs weil sie einfach nur sagen pokémon ist eh nur rng also ist eh nur zufall was da passiert nein tatsächlich nicht pokémon rng pokémon rng genau pokémon rng sind durchaus auch runs nein pokémon rng sind ich sag's tatsächlich noch mal herzlichen glückwunsch teiger pokémon runs sind tatsächlich auch sehr auf knowledge basiert und man sollte auf jeden fall wenn man den ganzen folgen kann den erklärungen und wir schauen auch immer dass wir komputatoren haben die das ganze sehr gut erklären können also wir sind ja schon dahinter natürlich geht dazu zelda spiele dürfen natürlich nicht fehlen mit link between worlds natürlich jetzt auch ein teil der zumindest nicht gefühlt in jedem marathon ran kommt also ist jetzt nicht so die die großen 3d zelda reihe sondern die kleinere 2d zelda ich denke ich habe immer das gefühl dass die 3d zelda so ein bisschen mehr ausgeschlachtet werden als die 2d zeldas weswegen uns auch gar nicht so schlecht ist auch mal 2d zelda mit reinzubringen windwecker hd wird natürlich es wird natürlich lustig wie sonst was seit der ähm barrier skip gefunden wurde das ist eine ziemlich gute sache ähm rise of the tomb raider mirror's edge ich glaube die machen co-op run bei rise of the tomb raider oder das steht nicht da das ist doof ähm warcraft 3 ähm strategie spiele muss man sagen sind wirklich underrated strategie speedruns war von warcraft 3 kann man sich auf jeden fall geben genauso wie elenoir und ich bin richtig froh dass die beiden zusammen hier äh elenoir ist zwar kein strategie spiel aber ist auch ein spiel was wo der speedrun ein bisschen anders ist als man ihn erwarten würde und ist halt bei beiden tatsächlich der fall obwohl es völlig unterschiedliche genres sind elenoir und warcraft 3 aber von der speedrun art her ist es beides so dass man es nicht unbedingt das ist was man erwarten würde und ich finde es cool dass beide tatsächlich einen primetime slot bekommen haben ähm montagabend die zeiten die ihr hier seht 21 gute sind tatsächlich auch die zeiten die hier in deutschland habt äh schweden hat die gleiche zeitzone das zum einen zum anderen wird dieser schedule sowieso immer auf eure zeitzone angepasst ich werde den schedule auch natürlich noch unter äh ich arbeite hier drüben rum hier drüben seht ihr gerade nichts weil das fenster davor ist ihr sollt vielleicht hier drüben rum arbeiten mit der linken hand äh von euch aus gesehen natürlich rechts aber das ist meine linke ähm ja ich werde natürlich auch unter dem video ähm den ganzen schlons verlinken was ich hier so an sachen anmerke unter anderem natürlich auch eine schedule äh ich habe nachher noch ein paar andere themen wo noch ein paar links erforderlich sind und ja set hat natürlich auch noch ein paar andere runs set ist ein runner der sich für seine spiele also was er sich an spielen raussucht die er speed runnt da hat er durchweg sehr sehr interessante dinge also man hat aufs herz die spiele von set die kann man sich eigentlich immer anschauen ähm entweder sind sie relativ unbekannt und ähm deswegen ein bisschen underrated oder es sind halt schon spiele wo man sich denkt so hoa cool eigentlich dass man das auch runnt also wundere abend definitiv sehr sehr sehenswert und es geht ja auch noch weiter wenn man sich hier das ganze zeug mal anschaut ähm die woche ist ja wirklich immer noch prall gefüllt also es geht noch um einiges weiter ich mache jetzt das ganze mal so im schnellverfahren ähm riekelt ähm kenne ich mittlerweile relativ ganz relativ gut in holländer äh mit apel skip 2 freut mich dass er wieder einen run drin hat dass er vor ort ist äh hilft mir natürlich auch für meinen äh na komm ich später zu ähm merkt euch einfach mal dass riekelt auch vor ort ist werde ich nachher nochmal ansprechen hoffentlich in nicht allzu langer zeit weil ich will hier doch ein bisschen schneller durchgehen ähm ja was haben wir sonst noch so natürlich ein paar mario super mario land so mal nur in 2,6 golden coins coole sache da haben wir noch ein prince of persia von epic dude guy uuuh coole sache ähm super hot gta 4 das ist der run den ich tatsächlich vor ort kommentieren werde da steht mr tiger on side im commentary und ähm aktuell steht doritos drinnen aber ich werde wahrscheinlich als zweiten kommentator davon gebrauchen dass ich hier 2 mikros an diese station anschließen kann und ich werde wahrscheinlich meinen bruder mit ins boot holen ich weiß jetzt gerade nicht der hört wahrscheinlich nicht zu der hockt normalerweise gerne ganz äh irgendwo äh da oben auf dem balkon ähm aber jetzt gerade ist es wird eigentlich ganz so geil dass er sich raushocken würde wahrscheinlich deswegen ist er jetzt wahrscheinlich nicht im zuhörmodus macht er auch nix auf jeden fall würde man den wahrscheinlich dann auch ausnahmsweise mal wieder im stream hören normalerweise hört man ihn einfach nicht er ist auch kein germanschmeber er ist einfach nur mein bruder und schaut auf das mal zu ähm genau dann haben wir hier was haben wir noch alles wir haben gta 4 natürlich i wanna be the co-op auch ist der sehr geiler run das ist ich weiß nicht ich glaube i wanna run the marathon und i wanna be the co-op sind glaube ich zwei i wanna fan games die tatsächlich von der speedrunning community mehr oder weniger ähm initiiert wurden i wanna run the marathon ist extra für marathons gemacht worden und co-op weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ob das auch so einer ist gta by city wie gesagt es ist relativ gta-lastig ähm der marathon nicht nur gta natürlich dafür sind es viel zu viele spiele im marathon insgesamt aber ähm ja resident evils fehlen natürlich auch nicht in einem größeren event auch das ist cool dass die dabei sind super metroid rotation auch ein sehr geiler run ähm für die leute die nicht wissen was super metroid rotation ist es ist ein rom hack für super metroid der exakt äh im endeffekt kann man sagen es ist super metroid mit dem unterschied dass das ganze game um 90 grad gedreht ist das heißt statt nach links oder rechts ist die hauptrichtung nach oben oder unten und das ist relativ cool gemacht ähm sind auch sehr sehr geile runs um ehrlich zu sein dann haben wir oh alex kid den kenne ich doch irgendwo her den run hm adenal ist übrigens der chef von der esa das heißt der hauptorganisator der hat sich natürlich auch mit einem kleinen run verewigt aber ich glaube dass wenn er so ein ja wenn er so ein langes event auf die beine stellt dann darf er sich auch durchaus mal 20 minuten in dieser woche nehmen und auch ein bisschen was zeigen das haben wir noch so alles final fantasy 1 sehr sehr coole sache äh spyro 2 da noch ein sailor link to the past no exploration glitch cool ähm dauert auf jeden fall ein bisschen länger dann super ein paar castlevanias wieder oh castlevania 2 auch nicht schlecht symphony of the night die normale alukar route kann man auch machen ziemlich cool dark souls dürfen natürlich auch nicht fehlen wilco mit yoka laylee das spiel die haben 1 stunden 10 minuten estimate mittlerweile ist der weltrekord auf ich glaube unter 20 minuten runter es ist übertrieben wie in den letzten monaten yoka laylee im in der speedrunning zeit gefallen ist äh freue ich mich drauf den live in dem marathon zu sehen es dürfte der erste wirklich große marathon sein wo yoka laylee gezeigt wird wir hatten es auf der dokumi schon mal vom guten down china gezeigt der für ungefähr zwei stunden den weltrekord hatte ganz am anfang aber da gehen die weltrekorde die tauschen da so schnell durch da da kann man nicht lange mithalten ja dann haben wir natürlich wir sind mittlerweile am freitag angelangt und da haben wir natürlich auch einen megaman blog so um 15 uhr bis 18 uhr kann man durchaus mal machen ehrlich gesagt ich muss sagen meine persönliche meinung ist dass die megamans hat ein bisschen zu arg ausgeschlachtet wird einfach dadurch dass es ja so 20 megaman games gibt die eben ja sozusagen in den zwei hauptserien sind megaman megaman x diese zwei hauptreihen aus denen werden die games meiner meinung nach viel zu sehr ausgeschlachtet gerade die ersten drei jeweils megaman 1 2 3 und x1 x2 x3 die sind in fast jedem marathon dabei finde ich nicht ganz so gut weil man sich doch irgendwann an megaman satt gesehen hat meiner meinung nach vielleicht bin ich auch einfach zu lang in der speedrun community und schaue zu lang die marathons an aber ja gut für die leute die die megamans mögen ist das natürlich auch eine sache eventuell habe ich es einfach zu häufig gesehen ja battletoads von the mexican runner oh sehr geil mexican runner sehr große speedrunning persönlichkeit und ja freitagabend guck mal da hat sich ja noch einer reingeschlichen über den freue ich mich auch sehr sehr über diesen donkey and country turns das war letztes jahr auf der esa tatsächlich da hat der gute riekeld der auch vor ort war zu mir gesagt guy we gotta bring the donkey and country turns back to the main stages to the great stages to the big stages also auf deutsch wir müssen donkey and country returns auf die großen bühnen des speedrunnings zurückbringen wir haben dann noch den wortwitz gemacht von wegen donkey and country returns to the main stages ich weiß der ist nicht witzig aber ich wollte ihn mal erwähnen und ja riekeld hatte damals auch gemeint einer von uns beiden muss den mal auf der esa oder sogar auf dem gdq zeigen und dieser werde ich nicht ich sein also riekeld hat es gesagt nicht ich werde es sein das heißt er hat gemeint dass der gute mr tiger ran soll dieses jahr hat es dann geklappt ich hatte letztes jahr den run schon eingereicht und ganz ganz knapp wurde er rausgecuttet was sehr sehr schade war aber dieses jahr hat es geklappt und ich freue mich wie ein schnitzel drauf riekeld ist vor ort das heißt der wird mit kommentieren da können wir wieder eine runde mimen ähm eventuell ich weiß nicht ob spike wichita jetzt bestätigt vor ort ist aber spike hat früher auch mal donkern country returns gespeed run und wenn er da ist werde ich ihn auch fragen ob er mit auf die couch will und ich habe ich freue mich jetzt schon wie ein schnitzel drauf auf diese ganze sache auf den donkern country returns run auf den venetica run da freue ich mich schon richtig drauf und auch der samstag wo es dann abends es schon wieder aufhört endet das event der 29. juli da legen sie noch mal richtig nach mit bastion undertale titanfall ratchet and clank marjoras mask von raggan any percent glitchless ah raggan stimmt der war der der glitchless runner uh muss ich mir mal anschauen also marjoras mask ist ja eigentlich so kaputt dass man eigentlich kaum glitchless spielen kann aber doch eine ziemlich coole sache und epic dude die guy darf dann noch pokemon ruby oder sapphire wahrscheinlich wird es pokemon sapphire was er runn wird ich glaube die sapphire version war die etwas schnellere auf jeden fall wird epic dude guy dann dieses game runnen und damit den abschluss haben epic dude guy auch ein sehr sehr toller runner haben wir auch kennengelernt auf der jesa germany ähm freut mich freut mich die ganzen jungs wieder zu sehen also wenn ich da so drüber schaue wie viele Leute ich von wie viele Namen ich einfach kenne äh fingers in the hand tea chops kenne ich von ähm cornerstone song of tyrim äh hany kenne ich äh den kenne ich jetzt nicht ähm ball nocturno kenne ich le grand kenne ich tatsächlich auch von xenoblade chronicles ähm und es sind so viele leute dabei die ich kennen wbf ähm ich freue mich wie ein schnitzel drauf die ganzen leute auf der isa wieder zu sehen aber es gibt auf der isa nicht nur den stream denn es wird einiges im hintergrund abgehen und ich habe gesagt ich bin vor ort ich habe auch schon gesagt dass ich ich mache mal wieder hier den schedule weg so ich habe nämlich auch gesagt natürlich dass ich vor ort sein werde und auch exakt dieses setup hier dabei haben werde ähm ja und davon könnt ihr profitieren wie gesagt ich werde am anfang des events wahrscheinlich einen kleinen pre-stream machen äh wo ich dann vor ort sein werde eventuell einfach mal so ein paar eindrücke aus der halle geben kann äh fragen beantworten was wir noch so alles haben und dann während dem event sind wir jetzt so am überlegen was wir denn so alles machen übrigens wundert euch nicht dass ich die ganze zeit mit dem mikro hier direkt vor der fresse hocke äh die sache ist einfach nur dass dieses mikro eine sehr 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 starke ähm ein sehr starkes noise cancelling hat das heißt sachen die im hintergrund passieren wie zum beispiel den rasenmäher da die werdet ihr vielleicht leise im hintergrund hören aber nicht so laut und ähm dadurch dass es eben dieses starke noise cancelling hat merkt man halt schon dass wenn ich von dem mikro weggehe dass es um einiges leiser wird und das habt ihr wahrscheinlich relativ schwer nur hören können deswegen sorry dass ich die ganze Zeit hier mit dem mikro vor der fresse hocke aber ähm für das setup hier ist es eigentlich am besten einfach wenn ich ja das ganze hier relativ nah an dem mund habe ja und wie gesagt ich werde vor Ort sein in mit etwa diesem setup ähm werden pre-stream machen und während dem event wissen wir noch nicht genau was wir tun werden eventuell werde ich ein paar videos einfach aufzeichnen die wir dann in den setup pausen einspielen können live oder wenn es technisch hinklaut mit äh hin hinklaut hinhaut oder klappt dann sage ich hinklaut sehr gut äh wenn es technisch klappt mit dem wlan vor Ort denn ähm schweden hat ein ziemlich gutes ein ziemlich guter internetausbau die haben ein gigabit als eine gigabit leitung als wlan das heißt wir können uns mit allen geräten ins wlan einklinken und haben dann ähm das was eben maximal vom wlan her möglich ist also 200 irgendwas mbit synchron an leitung je nachdem wie stark das signal halt ist aber wenn wir die erreichen dann kann ich definitiv vor Ort streamen ähm kommt natürlich oft drauf hören wie viele die geräte dann in diesem wlan sind weil das ist öffentliche wlan aber ich hoffe dass es stark genug ist dass wir streamen können weil dann kann ich tatsächlich weil diese station sehr sehr mobil ist wie gesagt das geht in den rucksack rein das ist ein laptop als pc der das ganze aufzeichnet und streamt das heißt auch damit kann man sehr gut unterwegs sein und wenn das klappt dann kann ich über das komplette ESA gelände laufen und immer wieder mal so kurze podcasts machen eventuell live gestreamt eventuell als aufzeichnung also als aufzeichnung definitiv eventuell sogar live gestreamt was mich richtig freuen würde wenn ich es dann schaffen würde einfach so wie ich jetzt gerade hier sitze ich habe ja auf dem einen Bildschirm den ich gerade habe deswegen saucht das gerade mit dem Schedule so komisch aus auf der Seite da hatte ich auf dem halben Bildschirm ein OBS auf der anderen Hälfte hatte ich den Browser deswegen hat es ganz gut geklappt mit der Cam und wenn ich das so machen könnte dass ich einfach auf der linken Seite ein Twitch Chat habe auf der rechten Seite ein OBS und dann latschen wir so ein bisschen über das Event und labern eine Runde das wäre echt geil also würde mich richtig freuen wenn es klappt weil ich dann auch ziemlich viel einfach von der ESA zeigen könnte hier so schaut es aus da hinten sind die Arcades da hinten ist der Practice Raum da hinten findet gerade Ascension 2 statt also das Smash Turnier das am ersten Tag noch stattfindet den eigentlich von der Halle VIP Bereich den wir jetzt als Second Streamers brauchen all das wird ziemlich cool wenn ich es dann mal so scheit zeigen kann weil was man bei solchen Events vergisst ist halt immer die Tatsache dass es nicht nur der Stream ist in dem Event in dem Fall die zwei Streams von der ESA wir machen ja nur von Germans den Hauptstream und nicht den nicht beide Stream wir können sie einfach nicht beide Streams covern aber freut mich auf jeden Fall wenn man da ein bisschen mehr zeigen kann weil Events sind halt mehr als nur dieser eine Stream und ich hab da echt Bock drauf und ich hoffe ich kann euch da einiges zeigen ich werde natürlich auch auf Twitter ziemlich aktiv sein so dass wir hoffentlich insgesamt ein sehr sehr geiles Event durchbringen ich schau jetzt mal auf die Uhr ah ich hab die halbe Stunde gebastert also noch nicht es steht gerade hier so 29 36 aber ich hab noch ein zweites Thema über das ich kurz labern will das heißt ich baste auf jeden Fall die halbe Stunde das heißt ich kann es gleich tun yes nö aber auf jeden Fall Isa ich freu mich richtig wie gesagt nächste Woche Samstag am 22.7 um 18 Uhr geht's los bisschen früher wahrscheinlich die Pre-Streams ich hoffe ihr seid dabei mich wird's auf jeden Fall freuen ich glaub uns alle von Germany freut wenn möglichst viele Leute dabei sind und nach der nach dem SGDQ haben wir gesehen dass wir dass ihr da draußen eine richtig geile Community seid und wir haben da richtig Bock drauf weitere Events zu machen und auch die kleineren Events ein bisschen zu promoten ich mein ich sag die kleineren Events aber die ESA ist nach den SGDQs mit das größte Event also man kann eigentlich es ist schwer zu sagen zwischen ESA und RPG Limit Break was nach den beiden SGDQs das größte Event ist aber die ESA ist schon verdammt riesig und ja uns freut's immer wenn wir auch die Nicht-GDQs zeigen können weil die SGDQs halt wirklich eine Hausnummer sind in Sachen Größe und wir hoffen einfach auch dass wir immer wieder ein paar mehr Leute auch für die in verschiedenen kleineren Events ein bisschen begeistern können würde uns auf jeden Fall freuen wenn genau du ja genau du dich meine ich dich da ja guck nicht so blöd genau dich meine ich wenn du mit einschalten würdest nächste Woche Samstag bis übernächste Woche Samstag 22. bis 29. 24.7 auf twitch.tv slash germans restream genau ich hab schon jetzt so Bock auf die ESA aber natürlich ist auch die Frage was gibt's nach der ESA und das ist natürlich eine gute Überleitung für das nächste Thema ähm nach der ESA kommt natürlich irgendwann das Oktoberfest der einzige das einzige Event nicht mehr das einzige Event das einzige große Event das wir als Germansch als großes Event zählen also größeres Event ähm das tatsächlich kein Restream ist sondern der Eigenbau von Germansch freut uns dass es mittlerweile relativ groß geworden ist ähm das wird im Oktober Ende Oktober Anfang November in dieser Übergangswoche von Oktober auf November wird das stattfinden ähm das ist natürlich noch ziemlich lange hin ähm die Submissions sind jetzt auch vor GameStar Quick zugegangen das Problem ist viele Leute haben uns angeschrieben und so oh ich hab die Submissions verpasst ähm ich sag's dir nochmal im Vlog wir haben offiziell angekündigt dass nach der European Speedrunner Assembly für 48 Stunden es nochmal möglich sein wird für das ZFM zu submitten ähm in dem Fall mal ganz kurz Tacheles Leute ähm wir haben auf allen möglichen Kanälen gesagt wann die Submissions sind wir haben es einen Monat bevor die Submissions überhaupt aufgegangen sind haben es gesagt ähm wir haben angekündigt dass sie nur zwei Wochen gehen werden und es haben sehr sehr viele Leute und wir haben auch wirklich sehr sehr viele Leute persönlich angeschrieben willst du submitten von denen wo wir einfach wissen dass sie gerne bei uns dabei sind ähm dass jetzt trotzdem noch Leute immer wieder fragen oh können wir noch submitten es ist das zweite Jahr also letztes Jahr haben wir da nochmal nachgegeben und haben die Submissions nochmal aufgemacht wir wollten es dieses Jahr eigentlich nicht machen es haben nur sehr sehr viele Leute gesagt dass sie gerne noch dabei sein würden äh wir wollen natürlich auch euch liebe Runner dazu ermutigen dass ihr nicht extra nachfragen müsst ob wir sie die Submissions nochmal aufmachen denn eigentlich wollten wir sie nicht mal aufmachen aus dem Grund könnt ihr zwar nochmal submitten aber behaltet euch bitte im Hinterkopf dass wir die Submissions die ihr dann einreicht dass wir diesen Submissions eine etwas niedrigere Priorität geben werden wie denen die keine ähm extra Einladung gebraucht haben sondern die tatsächlich ähm ja schon pünktlich submitted haben uns freut es natürlich wenn wir nächstes Jahr uns würde es wirklich freuen ist auch unser Ziel dass wir nächstes Jahr nicht mehr die Submissions nochmal aufmachen müssen und deswegen machen wir es dieses Jahr so dass wir ausnahmsweise nochmal die Submissions aufmachen aber beachtet bitte die Submissions haben für uns eine niedrigere Priorität das heißt es müssen schon sehr starke Submissions sein dass wir sie eher in den Schedule aufnehmen als die Submissions die pünktlich waren das heißt es müssen schon ziemlich gute Submissions sein also strengt euch an und seid das nächste Mal bitte pünktlich danke ähm ja wie gesagt Submissions gehen nochmal auf nach der ESA 48 Stunden lang das heißt zwei Tage lang habt ihr nochmal Gelegenheit fürs ZFM zu submitten ähm wie gesagt etwas niedrigere Prio für uns das heißt wir werden denen etwas weniger Chancen geben in den Schedule reinzukommen als die früheren Submissions aber ihr könnt nochmal submitten und das ist das was viele Leute wollten und das kriegt ihr ähm wann genau die Submissions wieder aufgehen werden das kann ich aktuell nicht sagen wir haben es nur letzten Donnerstag äh in der unter unserer Besprechung eben es war Mittwoch tatsächlich am Donnerstag ähm jetzt unter der Woche am Mittwoch hatten wir eine Besprechung und da haben wir es eben gesagt dass wir es nochmal aufmachen aufmachen werden wir haben es schon öffentlich kommuniziert noch nicht mit genauen Terminen es wird wahrscheinlich nach der ESA sein also ich kann gerade auch nur raten dass man einfach sagt am Sonntag nach der ESA oder am Montag also Sonntag Montag nach der ESA dass man da auch noch was bitten kann schaut bitte auf den üblichen Kanälen die wir da eben haben also Twitter Facebook die Discords also alle Discords die wir haben die Runner Discords also wir haben einen extra Discords Server für die Speedrunner wo wir mit den Speedrunner wegen den ganzen Events eben parlauern und wir haben den Community Discord und auf beiden Discords Servern tun wir das auch immer in die Infos schreiben wenn solche Termine sind das heißt wenn ihr die genauen Termine ich kann sie leider gerade nicht da die genauen Termine aber achtet bitte auf diese Kanäle denn auf den Kanälen werden wir es wie immer ankündigen genau dann ja was haben wir sonst noch so wir haben noch ein bisschen was an Planung aber das ist alles was ich leider nicht wirklich ansprechen also ich kann es nicht wirklich konkret ansprechen wir haben ein paar Sachen in Planung und zwar wollen wir noch wir haben ja gesagt dass wir ein bisschen mehr auf kleinere Events gehen wollen nicht nur an Restreams eventuell sondern auch an sonstigen Events das heißt dass wir von German wieder so ein paar themenbezogene Events machen wie wir es Anfang des Jahres noch mit dem Zelle Anniversary gemacht haben und und da könnte im August also ist es in Planung wir haben noch nichts Konkretes aber es ist in Planung dass wir unter anderem noch ein Sonic Event machen und Schrägstrich oder ein Rare Event könnte im August kommen müssen wir mal schauen wie das von den Terminen her klappt genauso haben wir noch in Planung dass wir ein Romhack Event machen das heißt wo wir sehr stark auf die ganze Romhack Szene gehen wo wir ein paar Speedruns zu Romhacks zeigen ein paar sauschwere Romhacks also für die Leute die nicht wissen was Romhacks sind einer der bekanntesten Romhacks dürfte Kaiser Mario sein also ist ein Super Mario World Romhack das heißt einfach es ist eine modifizierte Version von Super Mario World die eben komplett neue Welten hat und ja solche Romhacks sind immer ziemlich cool sind meistens Fan gemacht aber trotzdem ziemlich nice anzuschauen und ich freue mich echt auf das Romhack Event wie gesagt wann genau diese ganzen Events sind kann ich noch nicht sagen ich habe nur hier gerade offen dass sie in Planung sind wann sie sein mögen weiß ich nicht das alles wird wahrscheinlich so während der ESA mehr oder weniger entschieden aber da können wir halt aktuell euch leider nicht allzu viel sagen ja ich bin gerade noch am überlegen ob ich noch irgendein Thema hatte es sieht gerade nicht so aus ja ich habe auch schon 38 Minuten geredet ich hoffe das war halbwegs interessant für euch ein bisschen ähnliches gelaber wie Siv aber hinter mir wird dieser rasenmäher gerade verdammt laut und ich glaube an der Stelle ist es dann doch ein wenig Zeit die ganze Sache zu beenden ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes ich wollte sagen ein wunderschönes Wochenende ich weiß nicht genau wann ihr den Vlog schaut es ist jetzt gerade Samstag Mittag eventuell wird er noch am Sonntag rauskommen weiß ich noch nicht genau wenn der Vlog hochgeht aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit vor der ESA ich hoffe wir sehen uns im ESA Restream und ja habt eine schöne Zeit danke fürs Durchhalten vom Vlog danke fürs Anschauen und bis die Tage Ciao Ciao